Ich bin ja nicht so ein Fan von Diät, eher dann halt so FTH einfach und Sport und ja. Hätten wir wohl besser nicht fragen sollen. Ich denke mal um diese ganzen Diätenerhöhungen und so, dann müsste der Herr Beck verantwortlich sein. Der ist ja zur Zeit für alles verantwortlich, was so schief läuft hier in Deutschland. Was ist denn der? Was hat denn der für eine Funktion? Der ist doch Diätminister, oder? Bei der SPD. Diätminister? Nee, ist klar, dafür gibt es immerhin einen halbrichtig. Sie hier, er kennt gar keinen. Haben wir der hier? Vielleicht? Wollen wir es bei dem nochmal probieren? Das ist halt mit Kohl. Aber, also würde jetzt vom Bauch hier so aussehen. Rainer Kallmund muss heute wohl für jeden herhalten. Neuer Test.